Vom 15. bis 17. Jänner 2016 steht Couple ganz im Zeichen der Freerider. Beim zweiten Couple-Freeride-Festival sorgen neben dem erstklassigen Freeride-Gebiet von Couple zahlreiche Workshops, Guides, Technikkurse, Vorträge von unter anderem Lorien Huber und Roman Rohrmoser, Filmvorführungen in Kooperation mit der Königslinie Filmnacht München und vieles mehr dafür, dass Freesky-Feeling vom Feinsten aufkommt. Top-Events runden das Festival-Angebot ab. So finden einmal mehr die Open Faces Freeride-Series am 16. Jänner und bereits zum zweiten Mal die Open Faces Juniors am 17. Jänner 2016 ebenfalls in Couple statt. Das Beste? Alle Programmpunkte mit Ausnahme der Freeride-Kurse sind kostenlos.